Ich will, dass Sie schnell erlöst werden von unserem Siebus Basketballer. Der erste Abend noch zum Siebus, gegen die Instruhung ist, was kann ich schönes bringen. Hoffentlich ein Sieg unserer Böcke. Der erste Abend noch zum Sieg. Die Böcke! 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 Erwachsenen! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Dank ihr an euch und ein schönes Spiel unserer Welt. Lüten! 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 Beine sechs! Rolfoff! Und das liegt natürlich für die ersten Dreier auf eine Schale von Oslo, der Wolfi Unifo sein sollte. Eine Schale ist schon ledig perfekt. Die Wolfi! Die Wolfi! Die Wolfi! Die Wolfi! Und der Heidi Pünfte! Die Wolfi! 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 Die Westen! Befass! 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 Befass Die Welt! Die Welt! Die Welt! Die Welt! Die Welt! Die Welt! Vielen Dank. 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 ... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Paul Nostrad ist weiter bei 22, Andrej Ulloh, 2-3-Gutführer, außer der Tiefel. So, die Teams playing Soccer-Rule und der erste S-C-Hit, können Sie sich um den Rettung mal hin, wenn Sie da den Wasser bauen. Und hier müssen wir uns noch ein bisschen aufzeigen. Und hier müssen wir uns noch ein bisschen aufzeigen. Und hier müssen wir uns noch ein bisschen aufzeigen. Und hier müssen wir uns noch ein bisschen aufzeigen. So, noch ein tolles Registrier. Es war über 8. Aufgrund der T-Border und hier zwei Feinlöcke. Und hier müssen wir uns noch ein bisschen aufzeigen. Und hier müssen wir uns noch ein bisschen aufzeigen. Und hier haben wir uns jetzt aber erstmal die neue Ospa-Challenge, den Ospa-Tool-Wall-Contest. 30 Sekunden. Ich begrüße. Ist das der erste S-C-Hit? Nein. Das sind also dann die freien Soccer-Rooms. Einmal aufsteigen und wo ist der erste S-C-Hit? Da. Schnell Raum aufs Feld. So, Michael. Das funktioniert aber noch nicht. So wie dort. Das ist gut. Einmal für die Jungs. Michael. So. Eine Position aufgeben. Einer Rebound. Passt zum nächsten. Wo sind meine Zähler? Helling. Helling. Ready. Go. Ihr dürft natürlich anfeuern. Und schnell wieder weiter passen. Ich nehme mal hier ein bisschen Punkte. Stell wiederholen. Es geht um 4 IP-Karten. Viel schön. Für das erste Playoff-Spiel. Fünf Punkte war beim letzten Mal das Meister. Jonas. Ah. Aber die Siegel-Chance ja gezeigt. Es ist schwer in diesem Raum zu treffen. Super. Und vorbei. Vorbei. Wie bei mir? Vier. Wie bei mir? 21. Wow. Fertiger Applaus für SRS-C-Hit. Und natürlich auch für die drei Zockers. Einmal zusammen. Ausgang mit Oswald-Zubuhl-Contest. Hier gehen wir mit welche in Führung. Aber es gibt ja noch bei besten Spielen in der Hauptrunde. Dann das Finale zwischen den beiden führenden Teams. Und die Kulia-Schule kann sich schon mal anbauen. Da oben. Es ist der Auszeit für euch. Und die Kulia-Schule. Und die Kulia-Schule. Und die Kulia-Schule. Die Kulia-Schule. Die Kulia-Schule. Zwei! Buonte! Jun Schles! Sangel. Jun Schles. Yas projet das Mar کر marqueigbeten Schwehar. Hollywood. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 19, 20, 20. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Defense, 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 defense. Von A, der Rostlöcke. Und das gibt mir nur jetzt zwei, zwei, vier. Beste Rostlöcke. 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 Ad Case Bruniograf. Red Games terme Tänge. Fmäßig Buenogefällig. Rostlöcke. Mehr Handel, zwei Fächte! Und den Topgörfer, Fächter und Züge! Die Gäste! 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 Applaus 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 Defense 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 UNTERTITELUNG 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 Super, Leute. Danke, Sir. So, kleiner Hinweis, am 15. Zwölfchen machen wir unseren ersten Simon-Spot-Tor in einer exklusiven Runde, 45 Plätze, lief es Gott, beim Studio der Osteen-Zeitung. Wer dabei sein möchte als Fan bei so einer Art Sport1-Tor-Punkt das erste Mal an, diese Daten gibt es am Österreich-Gestand. Fdag. Fag. 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 Musik Das ist ein Wettbewerb. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.